In der Gemeinde St. Leonhardt bei Freistaat ist es heute Nachmittag zu einem verhängnisvollen Forstumfall gekommen. Ein 74-jähriger Mann wurde bei Holzarbeiten im Ortsteil Rehberg von einem Baum getroffen und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Damit zu weiteren Meldungen. In Leonstein im Bezirk Kirchdorf ist in der Früh ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Der Lenker war auf der B140 Steiertalstraße unterwegs und am Steuer eingeschlafen. In einer Rechtskurve ist der Mann gegen den Bus gekracht. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Landeskriminalamt sucht nach einem 63-jährigen Mann aus dem Bezirk Munden. Josef K. ist seit mehr als drei Wochen verschwunden. Ein Unfall wird befürchtet. Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, hat eine glatze und blau-grüne Augen. Er ist mit einem Leihwagen der Marke Hyundai mit Linz-Land-Kennzeichen unterwegs. Nachdem im Grundwasser in Leonding Industriechemikalien entdeckt wurden, werden die Kontrollen nun ausgeweitet. Konkret sollen Wassergenossenschaften und auch Hausbrunnen außerhalb der Grenzen von Leonding auf sogenannte PFAS-Chemikalien kontrolliert werden. Analysiert werden aktuell bereits mehrere neue Proben, die zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel entnommen wurden. Ab sofort kann der erhöhte Heizkostenzuschuss bei Gemeindeämtern beantragt werden. Betroffene erhalten 200 Euro, heißt es vom Land Oberösterreich. Die Einkommensgrenzen dafür liegen für Ein-Personen-Haushalte bei 1200 Euro und für Paare bzw. Lebensgemeinschaften bei 1800 Euro. Ihr Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze. Silvester war einmal mehr geprägt von schweren Unfällen durch sogenannte Kugelbomben. Nicht nur im Innviertel, wo sich ein junger Mann im Gesicht verletzt hat. In Niederösterreich ist ein 18-Jähriger beim Zünden gestorben. Kugelbomben sind eigentlich nur für Großfeuerwerke gedacht. Profis verwenden Fernzünder. Kugelbomben sind eigentlich nur für Großfeuerwerke gedacht.